Ok. Du meinst die eine Wächter. Die andere. So ne Scheiße. Ja. Ja, kennst du das nicht? Äh, krrr. 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 Der Jemini. Morgen arbeitet so viel Zeug. Man, ich würde dir wohl gerne helfen. Na, es wird schon irgendwie alles funktionieren. Ja. Warum spielen wir eigentlich ein Spiel, wo das totale Abzocke ist? Die kann man ja gar nichts mit Goldballen kaufen und mit diesem anderen Sternenteil. Nur wenn man Battle Pass hat. Ähm. Ja gut, Battle Pass ist schon sinnvoll. Ich will auch ein Kostüm. Und wenn du engst willst, musst du es mir sagen. Ich will mir aber keins kaufen. Ich bin geizig. Ich habe jetzt extra Geld verdient. Ich habe ganz vielen Leuten böse Dinge angetan dafür. Wo ist meine Belohnung? Deswegen sage ich ja. Bei mir ist es halt kein Problem. Ich habe diesen Battle Pass eher geholt. Und deswegen habe ich diese Punkte. Hm. 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 Ich gehe das jetzt nicht doch nicht. Ja, ich gehe da mal ganz kurz. Das ist echt cool. Das ist ja cool. Oh, dieser Pause war. B. B, Mann! Sind ja alle schon rausgesprungen. Was? Ne, 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 da hinten ist noch ein neues Gebiet. Okay, Arctis, ich höre dich ein bisschen anders, aber ich höre dich noch. Warum hörst du mich anders? Weiter, als würdest du weiter wegreden? Äh, besser? Hier? Ja? Okay. So wie hier rauspringen? Ja, 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 ja. B! B! Rechts oben! Wieso? Warte, äh... Ja, geradeaus. Oh, da landet jemand anderes. Egal, wir sind doch Pros. Ich lande hier oben, weil hier gibt es eine Waffe. Und zwei Schatztrug. Und zwei Schatztrug. Hauptsache alle woanders. Ja. So klappt das. Und ich war auch gar nicht für mich jetzt Gold aufzusammeln. Ja. Wieso nicht? Ja, weil... Das Gold ist ja hier für die Automaten. Geht da hinten hin, wo das blaue Männchen da ist. Oh! Bei dem müsste jemand sein? Ja. Ja. Oh Mann, hier ist mir ja viel zu viel los. Die Füße! Ja, komme. Wo ist er? Ja. Ahhhh! Bei mir! Oh! Fick die Henne! Hab ihn! Ja, Freunde, also das wird hier eine kurze Nummer für mich, fürchte ich. Wieso? Äh, weil ich hier völlig zwischen 1000 Leuten gelandet bin. Hallo! Hallo! Ich hab mich beeilt, aber ich musste noch jemanden erschießen, weißt du? Hier ist aber trotzdem noch einer gewesen vorhin. Da ist er noch. Da ist er noch. Ah! Ich bin sicher. Ja. Ja, ich hab ihn. Er ist unten. Ganz unten sind zwei. Ist ein Team. Ich bin ganz oben. Super. Hab sie. Beide? Ja. Gut, super. Toll. Na, scheiße. Oh, das hab ich ja schon. Hier ist ja schon. Hier ist noch ein Blastergewehr, falls du eins brauchst. Okay. Es wollten die da unten. Äh, vielleicht all das, was hier so rumlach. Ah. Hab vielleicht ein bisschen Schaden genommen, aber... Bei zwei Typen... Kann man froh sein, dass man überhaupt noch lebt. Ja. Definitiv. Hast du gut gemacht, Sandra. Agnes lebt noch, oder wo ist sie? Ja, ja. Die läuft gerade in eure Richtung. Und egal, ob ihr es habt oder nicht, nehmt die Munition mit. Jede Munition, die wir mitnehmen, können die anderen Leute nicht verschießen. Mößen wir so langsam woanders hin? Ja. Ich liebe diese Teile. Warte. Guck hin. Ich liebe diese Teile. Warte. Guck hin. valores. Guck hin. Guck hin. Ja? Guck hin. Guck hin. Das ist in der Tat. Das ist in der Tat. hat sie gerade ihr freaks gesagt nein nein ich will nicht ich will doch nur ich wollte doch ja so ein schilddrang das wäre was komische sachen rum wird dann werde ich gerade angegriffen das ist ja schlecht also wird sich so auf keinen fall ihr seid mir eine hilfe wieso wird hier geschossen und ich sehe hier niemanden die sind wieder unten ich sehe aber niemanden aber hinten es waren übrigens zwei fehler eine eine hat ja einer ist ja gekrochen hier ist ein schilddrang ich habe auch schon einmal weißen mehrere schildtränke das gut müssen wir nicht langsam mal irgendwo hin ja nur so eine idee ein bisschen schnell sogar oder darüber ja ganz wehmann im übrigen kriegt mal leertaste also halt mal so der taste doppelt ich bin ich denn hier gefangen todes interessant ja ich hänge dauernd in der scheiß botanik fest beziehungsweise im ding star am arsch wir glauben an dich na ja wenn es das wieder gold und sauf pack hier feuert schon wieder irgendjemand eine vorerst mal fahren ich darf auch eine ball an sie morgen da wo ihr jetzt fahrt ja ich will jetzt hier danke fahr doch mit mehr anfahren agnes die beleidigt mich ja und du hast es doch bei ich dachte es war nun war ein schuss ja es ist so verdächtig ruik hier ja das bräuchte ich da hinten kommt ein auto muss mit kurz verbinden ist ich hänge einfach die ganze ich habe es nicht leicht bisher okay wer hat es schon leicht hätte es glitscht gerade das ist ja nicht mehr feierlich wir sind hier ganz nah am geschehen ist sie kommen gerade mit dem boot ich werde gejagt am arsch ja das war hier dass man hier in die zone einfach laufen was abhauen abhauen mir nach nein und nein nur hin wirklich warum warum macht ihr sowas warum ich habe ständig irgendwo wo seid ihr schießen wenn jemand eine mauer von die fresse haut wo seid ihr stirbt du genau da ist das war wohl ich das war traurig das war ich hätte mich so die mauren gebaut nein ich auch nicht ich kann das nämlich nicht ich mache das auch nicht ich hätte mich so geil gefühlt wenn ich euch jetzt hätte retten können aber nein auch deine chance wird kommen agnes ja ich habe jetzt keinen bock mehr außerdem die alte hat ein glitzer sternchen starb in der hand schau es ihr euch an die dumme troller ich will nicht dazu gucken das ist das habe ich mir aus überlegt die scheiße es eigentlich ist weißt du wirst von der alten da getötet und dann musst du noch zuschauen was ist eigentlich bei kindern für aggressions potenzial eigentlich so ich hatte damit nicht so gerechnet das nicht so die waren im team voll unfair ich habe es doch schon gemacht aber das glitscht bei mir so ich weiß ich glaube ich bin jetzt eigentlich raus wo will sie hin seine gute frage wo willst du hin denn das macht echt keinen sinn schnauze vorzugehen ich halte dich fest such dich aus süd und west hier sind zwei autos warum packen wir nicht hier weil wir diese gegend erkunden und ein ein da ein 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 lama ein lama ein lama ein lama ein lama 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 berlin dafür bei autos kann man da einfach raus springen nein aber man kann es hacken sich kann man auch drauf springen ich weiß es nicht müssen das platt machen das gibt es ja nicht aber das kann sich ja hier noch ums kunden handeln er ist mir egal was ist passiert nicht die waffen mitnehmen ich will nur die munition rein ins kreuzfeuer soll ich abholen bitte mit meinem gangster auto ja ich nenne es das post im mobil ja aber hör mal was also was für gangster musik hier drinnen das muss wehgetan haben was den engel ich werde angeschossen ich kann hier nicht mehr lange warten ich bin schon unterwegs ob den anderen auch angefahren müssen wir hin einfach hier lang oder kann rausschießen nummer so rechtsklick und dann schießen was ich sagen wollte sandra ja sind deine eltern terroristen weil ich so bombe bin wo wir dieses gebiet erkunden ist bei mir noch gänzlich unbekannt das kauft habe ich bin jetzt langsam echt zu müde für den scheiß also so kann denn hier mal irgendwo eine waffe rumliegen danke ja ich habe hier schaltgedämpfte maschinenpistole wenn du die haben möchtest sag mal warum sind jetzt überall diese mythischen waffen warum liegen die zurzeit überall rum ist doch krass keine ahnung ob das event einfach ist ich habe einen schlüssel ich weiß nur nicht woher ein die schlüssel nicht was doch also du stirbst halt und bei der neuen runter kriegst halt musst du neue schlüsse also ja also sind die flüsse doch nicht bleiben also nur runde ganz toll braucht er gar nicht mehr dass sie das überhaupt unterstützt damit dass ihr das spiel das ist schon ich habe mich nur agnes angeschlossen aus der verantwortung kann man sich nicht einfach so ziehen hilfe was also ich renne gerade zum bunker mir nach alle zum breit ihr denn ich seid ihr richtung bunker schau auf die karte toll hier quasi da so lang ich bringe danke für eure hilfe ja jetzt bin immer gerne danke ich wollte gerade auf dieses bewegende ding da oben schließen ich habe einen schlüssel gefunden sehr cool hier ist noch ein ding ist ein saufsack er kommt man ja 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 so her wie immer zu agnes ja ich dachte du hast den saufsack mit benutzen vielleicht so zwar schon verletzt bist ja nicht gibt es auch ein klo neues pussy mobil gefällig ich habe ein glühwürmchen glas was passiert denn da nichts ob sie das tut ja weh ich dachte man kann reinfahren was machst du denn da jetzt habe ich hier voll die komischen geräusche sehr mega ekliges geräusch ich bin mal ins klo gesprungen heute auch was sagen welches klo denn ja in das im bunker aber ihr seht ja wo ich jetzt stehe so weit ist es nicht klo bells равно september kloas 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 Was, 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 was denn? Alles gut. Warum ist noch Gold? Da ist noch eine lila Waffe. Ich bin zufrieden. Na, dann bewege ich mich halt mal wieder. Hallo Agnes. Hallo. 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 Hey, 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 ich hab Lichtschwert. Du hast den Huhn. Warum ist es verkehrt rum? Bei mir ist es verkehrt rum. Es ist verkehrt rum. Tschüss. Das ist klar. Ich folge mal der Verrückten. Ich muss Agnes folgen. Welcher Verrückten? Ich habe ein Bestimmungsgesetz. Ich bin ihn noch nicht so ganz so sicher. Ich schüttel mich geehrt. Oh, guckt mal, welche moderne Hütte. Stimmt, versteckt sich da jemand drin. Wow. Nee, anscheinend nicht. Alles klar. Weil sonst hätte... Wollen wir hier einziehen einfach? Es ist schön, dass es hier... Ja, also für diese ganzen Hütte... Und kann man noch zwei Schildblasen tragen? Dann sauf eine. Wieso man denn eine Schildblase saufen? Also... Ja, hallo, Hund. Hallo, Hünchen. Hallo, Hünchen. Nein. Jetzt komm schon. Hünchen. Komm ich aufs Dach mit dem Huhn? Nein. So weit geht's nicht. Na, komm, 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 komm. Ja, ich hab's aufs Dach geschafft. Mit Huhn. Wow. Hallo, hier bin ich. Ich bin ein gutes Ziel. Das Auto ist put. Ist okay, ich stehe aufs Dach von Auto mit Huhn. Wie gesagt, Auto ist put. Alles klar. Ja, mir egal. Oha. Oha, oha. Da will ich gar nicht langer, aber eigentlich gut. Und ich hab keinen Treibstoff mehr. War nett. Schön war's. Musi-Mobil! Oh Gott. Agnes geht zu Fuß. Ja. Wir versuchen's mal durch die Ruin. Da, da... Ja, hab schon gesehen. Ich mach die ja put. Ja put machst du die. Kannst doch drin bleiben, eigentlich. Aber gut. Ich warte. Da ist voll die coole Burg da hinten. Kommt mal mit. Kommt mal zu mir, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ja, los. Das ist voll cool hier. Vor der uns abschießen, die da hinter uns sind. Ich bin ein Vorsprung. Ja, wäre ganz gut. Mega cool. Mega cool. Mega cool. Das hat was von Valheim hier. Oh, geil. Kanone. Warte. Wuhu. Ich hab mal geballert, damit ihr seht, wo ich bin. So, muss ich die jetzt neu laden? Okay, cool. Okay, cool. Oh man, warum komm ich da nicht hoch? Das ist doch ärgerlich. Okay, so. Hier ist... Ich muss mich beweisen. Echt ein bisschen cool hier oben. Wie war? Wie kommt man da hoch? Äh, außenrum. Hallo. Aber es gibt nicht viel zu holen. Man kann halt ein bisschen mit der Kanone rumballern. Oh, oh. Da sind Leute, okay? Ja, und ich hänge. Ich mach mich mal dünn hier. Bitt ich. Der Fuzzi. Er knallt mich ab. Wenn ich dich treffe, du kleines Arschloch. Dann fick ich den. Was ist er denn? Wo ist er? Ah, ich hänge schon wieder. Da hinten baut sich das auf. Ich muss kurz wieder weglaufen. Ich habe einen Schlüssel. Die bauen sich überall Mauern auf. Ja, lass einfach mal in die Zone laufen. Wir lassen den jetzt einfach stehen. Komm. Hilfe. Nein. Kommt halt mit. Hilfe. Alter, das bist du ja gar nicht. Leute, könnt ihr mir auch helfen? Ich sterbe, hallo. Was machen die denn? Was war das denn? Ach, das ist diese beschissene Schleimbombenkanone. Die ist mega gut. Und die gibt es aber mega selten. Und wenn man die hat, dann hat man eh schon gewonnen. Ich bin Platz drei. Oh, ja, wir alle. Habt ihr gut gemacht. So ein Dreck. Jetzt mag ich nicht mehr. So.